Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir unsere Kreisregner-Testserie fortsetzen und zwar mit unserem dritten Modell von Gardena, dem Tango. Was er kann, für welche Bereiche im Garten man ihn verwenden kann und wie er preislich dasteht, könnt ihr im folgenden Video herausfinden. Viel Spaß beim Schauen. Der Tango ist mit etwas über 30 Euro der teuerste Kreisregner, den wir getestet haben. Ein neues Feature kommt hinzu. Man kann bei diesem Regner ein Segment einstellen, sodass er nur einen Teilabschnitt bewässert. Man kann Segmente von 5 Grad bis 360 Grad einstellen. Der Regner schafft laut Herstellerangaben Flächen von 9 bis maximal 310 Quadratmetern und erreicht einen Sprengdurchmesser von 3 bis maximal 20 Meter. Die Maximalwerte beziehen sich wie immer auf einen Wasserdruck von 4 Bar. Gardena gibt außerdem 5 Jahre Garantie auf bestimmte Bauteile des Regners. Auch bei diesem Regner werden bestimmte Zusatzprodukte empfohlen, wie z.B. ein Stativ für eine Höhenbegegnung oder eine Bewässerungssteuerung, die die Bewässerung automatisiert. Die Zeitsteuerung kann z.B. auf bestimmte Tage oder Stunden eingestellt werden. Die Produkte haben wir für euch zusätzlich in der Videobeschreibung verlinkt. Der Tango liegt sehr leicht in der Hand. Auch dieser Kreisregner verfügt über kleine Löcher, durch die Heringe oder der Erdanker gesteckt werden können, um ihn standsicher zu machen oder ihn auf ein Stativ zu befestigen. Der Tango ist mit 6 Kunststoffdüsen ausgestattet, deren Öffnung von unten nach oben kleiner wird. An der Seite befinden sich zwei orangefarbene Regler zum Einstellen des Begrenzungssegments. Die Regler können dabei beliebig hin und her verschoben werden, je nach gewünschten Beregnungsradius. Am Fuß des Tango-Kreisregners befindet sich der Anschluss für den Gartenschlauch sowie ein orangefarbener Feinjustierungsregler, der auf die Einstellung Min, Max oder Clean eingestellt werden kann. Mit Hilfe von Min und Max kann man die Wassermenge bestimmen, die durchlaufen soll. Mit der Clean-Einstellung kann der Filter herausgezogen werden. Hierzu hilft man einmal nach, indem man auf der Unterseite des Filters Druck mit einem Finger ausübt. So kann man den Filter ganz einfach herausnehmen und reinigen. Bei unserem Regner befand sich Schmierfett an der Gummidichtung, was zur Langlebigkeit des Bedruckts beitragen soll. Los geht's mit dem Praxistest. Wir haben uns entschieden, wieder unseren Rasen zu beregnen. Auch diesen Kreisregner schließen wir wieder an unserem Hausanschluss mit knapp 3,5 Bar an. Ein Maßband soll dabei helfen, die genaue Sprengweite zu ermitteln. Die kleinen Aluschalen sollten dabei zur Veranschaulichung dienen. Die am weitesten vom Regner entfernte Schale liegt bei 9 Metern, also 18 Meter Sprengdurchmesser. Nun kann's losgehen. Der Beregnungsbereich lässt sich auch bei laufendem Regner sehr leicht einstellen. Wir haben zunächst bei der Feinjustierung den Regler auf Min gestellt. Das Wasser wird hier gleichmäßig verteilt. Die Sprengweite beträgt 4 Metern, was einem Sprengdurchmesser von 8 Metern entspricht. Dann haben wir den Regler auf Max gestellt. Der Tango erreicht hier die 9 Meter Marke. Somit kann man sagen, dass er den angegebenen maximalen Sprengdurchmesser bei 4 Bar schaffen sollte. Kommen wir nun zu unserem persönlichen Fazit. Der Tango besticht durch seine leichte Bauweise und die einfache Bedienung. Ein großer Vorteil dieses Kreisregners ist, dass man ihn sowohl als Vollregner als auch als Segment- bzw. Teilregner nutzen kann. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt unserer Meinung nach bei diesem Regner. Den aktuellen Preis findet ihr in der Videobeschreibung. Habt ihr eventuell den Tango-Kreisregner zu Hause? Wie weit kann euer Modell sprengen? Was habt ihr bereits für Erfahrungen mit dem Tango-Kreisregner gesammelt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir hoffen, unser Praxistest hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Gartenbewässerung an. Wir haben neben dem Tango auch noch weitere Regner getestet und miteinander verglichen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch bei unserem Magazin unter gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.